Identifizier doch erstmal Hab ich doch, erfordert Stufe 13 Bärenköter, niedriger Angriff, 50 bis 110 Schaden Elektrizitätsschaden, 18 bis 36 Eisschaden, 18 bis 36 Verkauf Das bringt jede Menge Kohle ein So Ich sammel das erstmal alles, bevor ich die wieder wegschaffe So Nein, ja nicht Was hast du denn für Probleme? Ne, ich hab die ganze Zeit Q gedrückt anstatt W Was willst du mit Q, W und so, hä? B ist Waffenwechsel Wollte grad die Waffe wechseln Achso, hä, mit E Waffenwechsel? B Also du kannst, wenn du zwei Waffen hast, ja? Ja, ich hab zwei Waffen angelegt A und Q ist hier So, hier ist die nächste Und hier ist ein Bossgegner direkt dahinter Wo denn? Achso Wir sind dann nicht mal in die eine Tür und reingegangen Doch egal Setzeln Ach Ähm Mit Ruhe Wir haben an Erfahrung gewonnen Yeah Wow Wow Nein Äh Äh Hier ist niemand mehr Ja Ya ich weiß Hat grad ein bisschen Gebacked und so 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 Ich hab grad an Erfahrung gewonnen Yeah So Sein Begleiter zurück Ja Der darf wieder Stuff mitbringen Ähm Brauchst du ne Runenmeisterhaube? Nö Ich mach glaub ich erstmal alles auf Stärke bei mir Ich hab Ne Runenmeisterhaube so ein Zettel so frag ich ja ne ich mach doch hier erstmal alles auf Dings auf, auf, auf hier auch bestimmt auf Runen Meister ja ich hab doch gesagt Runen Meister Haube hab ich doch schon ich hab genau Chris Chromheim hab ich grad eben ach so ok wenn du jetzt noch Dings findest hier Brauchst du Set Inferno, so ein Ring Ring von Larisa, der Autokratin Äh, nee, behalt Auch mehr Stärke Ach, verdammt, das sollte ich leveln Well, dress it Oh, ist noch ein Level up Ich hab keine Rolle mehr, wieso hab ich jetzt keine Was, äh, ich kann ihm ein paar Rollen geben Nee, lass mal, ich lass mir welche kaufen Ich kauf mal welche Großer Forellenbarsch Nice So, können wir jetzt? Ja, keine Sorge, ich warte nur noch auf dich Äh, hier geht's nicht lang Guck mal, hier mein Charakter, ey, das ist ja mal Ziemlich nice So, wo müssen wir denn lang? Stop, äh, erstmal clean, um hier liegt Gold, da liegt noch mehr Gold Ich hab da kein Gold mehr, das ist alles Ach, da liegt drunter Das ist alles deins, also Oh, warte mal, da hoch, denn wir müssen da hoch unbedingt Ja, wir müssen, wir müssen ja jetzt durch das Tor hier Ach, komm Ich geh mal auf die Seite hier Einmal frisch gegrillt So fies, wenn die einfach mal so explodieren Bei dir für mich es doch Ne, leider nicht Das Ähm Immer diese Ohren, ey Ich hab bei X irgendeine komische Fähigkeit Bei der X-Taste Da aktiviert sich irgendwas bei mir und Oh, Bossgegner? Ja, da müssen wir mal ein bisschen googeln oder Schreibt's einfach mal in die Kommentare Das war's schon mit dem Boss Heiltrank, Heiltrank, Heiltrank Ähm, wo lang erst? Au? Ja, ich würd sagen, je lang, oder? Ja Sechs mal zum Bogen Der hat eine bessere Range Oh, mach das, mach das Ja, Handschuhe Oh, Bombe Bombe Bersäure Da du wurdest grad von Säure infiziert Also ich nicht Doch, du Ich nicht Ähm, hier ist ein Gegner Ja, warte Wo ist denn noch unten? Ach, Gott Also jetzt gibt's keine Gegner mehr So Wer ohne Mensch Äh, mir gefallen meine Pistolen irgendwie immer noch lieber Ähm Die Fizierungsschriftwolle Seh ich alles gar nicht Sollen wir erstmal nicht auf der anderen Seite mal nachschauen? Äh, wir waren schon auf der anderen Seite Nein, äh Oh Achso Ja, okay, dann gehen wir mal an Ja, hab ich grad auch bemerkt Äh, oh Ach, unverteilt Achso, ja, ich hab hier noch unverteilt Warte mal Zwei Fähigkeitspunkte Äh Ach, nice Ach, genial Wenn du Shift links klickst und auf einen Gegenstand machst Dann öffnet dein Dann kann deinem Begleiter Sachen für dich einsammeln Doll Hab ich grad mal ausgedrückt Oh Brauch ich aber nicht Ja, ne, ich mein ja nur Oh Oh, die kleinen Blubberfiecher Wie lecker Wow Alter, ich geb den so hart, ey Und, oh Nein Was denn? Ich bin grad durch den Topa Ähm Portal gekommen Ja, dann Geh doch wieder zurück Oder kannst du nicht? Eigentlich nicht Ja, Pech Dann muss ich in den A kommen Stopp, das ist nämlich Bosskamm So, Vermutung halt Ach, Quatsch Ne, doch nicht Oder doch Ich weiß es nicht Jedenfalls Äh, nein Oh, doch Ähm Aufm Bogen wechseln Und schön mal Er hat mich Er hat mich Er hat Akku Oh Oh, ich bin ja gleich down Ich zerstör erstmal die Ads So Drauf halten Nein, Glück, dass meine, äh Meine Attacke Ja, ja, okay Ist das süß Oh, wir haben eine Quest abgeschlossen Oh, wir haben eine Quest abgeschlossen Gucken So, umschauen Dann Geht's raus Hier, okay Warte mal, ich muss was ganz kurz nachgucken So Ja, kann weg Kann weg Warte mal Können Kann auch, weg, kann weg, kann weg Kann weg Weiß, der Bogen macht erstmal Oh Den Bogen nehmen wir Bogen Isaac Mit der Elde Zerro Ja, liebes Brauchst du jetzt nur noch den Ring oder nicht? Nein, ich hab doch gesagt, nein Ah, okay, dann Dann ist gut Verkaufen 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 Weg damit Damit auch Damit auch Weg So Komm, verkaufen wir mal Fast Fast, düse Müssen wir jetzt eigentlich wieder zurücklaufen Kommst Bleibst du denn? So, hier Ich bin doch hier Cool Jetzt ist ein Portal Unten auf, weiße Stuff Also Wow Oh Gott, schon wieder überall Nur noch Mein ganzer Bildschirm war erstmal lila Nein Nein Wie ich es hasse So wieder? Ja, wie ich es hasse So richtig Hassen Das meine ich mit der Statut Steuerung Dann bleib ich kurz hier Ach, ner Hätte doch als Soldat reingehen sollen Dafür gibt es so viele geniale Items hier Wir brauchen noch einen dritten Mitspieler Kommst du? Ja, ich bin grad am Laden Im Laden Ich nehm da Ich, ich geb schon mal die Quest ab, ne? Fühlst du dich etwas glücklich? Ja Krass dich Ihr lasst mich heute für eure Mühe bezahlen Dann mach ich euch auf den Weg So, was haben wir denn hier so schönes? Da bin ich auch Tempeltreppe Ja Ach, ich such mal Ich hab alles für meinen Begleiter hier Ja, sieht ja geil aus Diese Waffe Fizierter D-Ringer Oh, ist die besser als meine? Nein Doch, irgendwie schon Aber meine macht Ja, die hier So Kaliber 8 Ja Sag, wenn du fertig bist, ne? Ja Ich Besschen Ringen So Wir werden hier erstmal einen kleinen Cut machen Wir sehen uns das nächste Mal wieder Und wir sagen einfach mal Haut rein Aber nicht zu feste Bye, bye Ciao